Digital und Binnendifferenziert – das Potenzial digital gestufter Lernhilfen für den Biologieunterricht Herzlich willkommen im Basismodul Digitale Umsetzung. Hey zusammen! In diesem Video wird das grundlegende Konzept und Anwendungsmöglichkeiten von QR-Lernhilfe als eine mögliche Alternative zur Implementierung digital gestufter Lernhilfen neben der Verwendung von Moodle erläutert. Zur Einführung in QR-Lernhilfe hat sich Frau Sarah Maluk angeboten. Hallo! Ich freue mich darauf, Ihnen die Anwendung QR-Lernhilfe vorzustellen. Die Verwendung von QR-Codes im Rahmen des Frontalunterrichts oder auf Arbeitsblättern ist Ihnen vermutlich bereits bekannt. Die Lernenden nutzen ihr mobiles Endgerät, um den QR-Code einzuscannen und werden zu dem von Ihnen gewünschten Online-Angebot geführt. Das Erstellen dieser QR-Codes ist sehr einfach und über zahlreiche Anbieter kostenfrei möglich, beispielsweise über das Angebot von MiQR. Für den binnendifferenzierten Unterricht mit QR-Codes als Lernhilfen existiert QR-Lernhilfe. Die Plattform bietet Lehrkräften die Möglichkeit, differenzierte Lernhilfen mithilfe von QR-Codes anzubieten. Im Vergleich zu herkömmlichen QR-Code-Generatoren ermöglicht sie eine strukturierte und aufeinander aufbauende Bereitstellung von Hilfen für SchülerInnen. Die zugehörigen Arbeitsblätter werden dabei weiterhin von Ihnen selbst erstellt. Die SchülerInnen scannen im Unterricht den Code und gelangen so zu den vorher hinterlegten Hilfen. So kann schülerzentrierte Binnendifferenzierung effektiv gestaltet werden. Hannes Mann, der als Lehrer für Mathe und Physik an einem Gymnasium unterrichtet, ist für QR-Lernhilfen als Programmierer und Gestalter tätig. Er hat die Seite im Jahr 2016 gegründet. Hannes liebt das Konzept eines offenen Webs. Deshalb war diese Seite ursprünglich kostenlos. Als die Nutzerzahlen jedoch stiegen, mussten die Ausgaben für Server, Instandhaltung und Features gedeckt werden. Heute brauchen sie eine Lizenz. Die optischen und auditiven Gestaltungsmöglichkeiten der QR-Lernhilfen erlauben eine Vielzahl an Anpassungen an die Bedürfnisse der Lernenden. Durch die Verwendung verschiedener Formatierungswerkzeuge wie Farben, fettgedruckten Text und zentrierte Anzeige können wichtige Informationen hervorgehoben werden. Der Upload eigener Bilder ermöglicht eine visuell ansprechende Gestaltung des Lerninhalts. Komplexe Formeln können einfach integriert und Hilfen durch Zahlencodes geschützt werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Lautschrift anzugeben oder Sprachnachrichten und Podcasts einzubetten, um den Lernprozess zu unterstützen. Ich möchte Ihnen die Anwendung anhand eines Beispiels aus meinem Unterricht erklären. Die Ausgangssituation erzählte ich wie folgt. Warum hechelt ein Hund? Ronjas Tante ist krank und kann nicht aus dem Haus gehen. Darum war Ronja einverstanden, mit dem Hund Arthus ihrer Tante, Gassi, zu gehen. Jetzt kommt sie ganz aufgeregt zurück. Tante, Tante, ruft sie gleich an der Tür. Arthus ist bestimmt krank. Er hat die Zunge ganz weit raushängen lassen und so komisch und total schnell geatmet. Die Tante lächelt bloß. Schön, dass du dir Sorgen machst, Ronja. Aber bei dem heißen Wetter ist das doch normal. Da hecheln Hunde eben, sonst würden sie einen Hitzschlag kriegen. Die Bedienung von QR-Lernhilfe erfolgte für diese Aufgabenstellung. Erklärt, warum Arthus hechelt. Fasst eure Erklärung zu einem kurzen Text zusammen. Wenn ihr die Online-Hilfen zur Lösung der Aufgabe nutzen wollt, dann folgt dem QR-Code, der mit H gekennzeichnet ist. Ihr könnt versuchen, die Aufgabe ohne Benutzung der angebotenen Hilfen zu lösen. Wenn ihr fertig seid, dann vergleicht euer Ergebnis mit der Musterlösung. Dazu folgt ihr dem QR-Code mit dem ELI. Sie finden die Aufgabenstellung mit den QR-Codes gleich im Anschluss an dieses Video im Kursbereich eingefügt und können sich die Hilfestellungen nochmal genauer anschauen. Viel Erfolg bei der Verwendung von QR-Lernhilfe! Super, das Prinzip von digital gestuften Lernhilfen konnte ich an diesem Beispiel gut nachvollziehen. Nun liegt es an Ihnen, mögliche Szenarien zu entwickeln, in denen digital gestufte Lernhilfen im Unterricht eingesetzt werden können. Teilen Sie Ihre Ideen gerne mit dem Forum. Sie haben nun alle Lernvideos des Basismoduls bearbeitet und sich mit den Grundlagen vertraut gemacht. Wie geht es nun weiter? Im Erstellungsprozess eigener Unterrichtsmaterialien möchten die KurserstellerInnen Sie natürlich unterstützen. Überlegen Sie sich, welchen Kompetenzbereich Sie in Ihrer Unterrichtseinheit adressieren möchten. Die Aufbaumodule zeigen Ihnen gezielt, wie Sie digitale Lernhilfen in den Kompetenzbereichen Erkenntnisgewinnung, Kommunikation und Bewertung einsetzen können. Hierbei wird Ihnen die Umsetzung anhand von Unterrichtseinheiten zu den Themengebieten Experimentieren, Genetik und Bioethik demonstriert. Wir sehen uns dann in den Aufbaumodulen wieder. Ich bin gespannt auf Ihre Ideen. Ich bin gespannt auf Ihre Ideen.